Ich habe vor zweieinhalb Jahren oder so mal ein Praktikum gemacht für zwei Wochen und dann habe ich vor eineinhalb Jahren meine Basisausbildung als Trainer gemacht und dann jetzt im Sommer, also vor ungefähr einem halben Jahr dann meine C-Lizenz, habe dann für das Final Four im Beach Soccer beim Aufbau mitgeholfen als Teamer und mache jetzt diese Woche ein Ferienfußballcamp. Ich bin auf jeden Fall sehr fußballinteressiert und versuche halt möglichst viel da zu machen, auch ehrenamtlich, einfach um Kinder, so dass sie so viel Fußball spielen können wie möglich und ja beim Landesfußballball gibt es natürlich da deutlich mehr Möglichkeiten als im eigenen Verein, da hat man dann sein festes Training und solche Camps sind natürlich mit solcher Unterstützung hier möglich und ich finde das macht echt viel Spaß und so, deswegen ja.